Karschenphobie wieder ausleben. Ups. Boah, Alter. Das ist genug. Das ist noch gut, die Brände. Huch! Ah ja! Oh, viel zu weit. Boah, Alter, du hast weggerutscht. Ich ziehe aber den Wipp nicht. Boah, gerade ist er richtig unmotiviert. Wann seid ihr? Gute ich. Boah, der war echt scheiße. Boah, alles gelappert an der Kiste. Das war leise für alle, wenig Motivation zu bespringen. Das war so meine erste Runde hier mal. Das war's für alle. Das war's für alle. Das war's für alle. Das war's für alle. Die Schaltstation. Ach, wir werden das schon irgendwie finden. Wo wollen wir denn hier hin? Sorry Leute, wahrscheinlich seht ihr die ganze Zeit wirklich scheiße. Die GoPro ist einfach zu schwer. Und der Helm ist zu groß. Das Zusammenspiel ist nicht wirklich gut für irgendwelche Aufnahmen. der Plan ist jetzt einfach nur durchgehend geradeaus, bis wir halt wieder zur Teilstation kommen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo auf der Strecke noch irgendwas machen. Wenn's so die ganze Zeit geradeaus geht, dann müsst ihr haben. Ja, das ist spannend. Ja, ich mach die GoPro aus, bis wir irgendwas Gutes gefunden haben. Oder auch irgendwo anhalten. Ja. Dann mach ich sie wieder an. Und wenn mir irgendwas Interessantes gibt. Und wenn mir irgendwas Interessantes gibt, dann... Werdet ihr da natürlich mitgenommen. Ja. Verla. Okay. Nein. Ich glaub meine Bore, ich sag ja meine. Oh, falscher Gang. Ich hab überlegt, zieh ich den One Hand. Wenn du mal überlegt... Nein. Go. Okay, Abfahrt. Ich fahr ganz komisch diesen Anlieger hier rein. Ich krieg diesen Scheiß technisch ja nicht mehr so an. Hier den nehm ich jetzt grün. Und den hier dann volle Kanne. Rot. Smartwatch. Und das идет. Ich fahr gar nicht so erääb Jacin. Um Scheiß oder so. Es ein bisschen zueln von ihr funktioniert. Ach правильно, ich fahrbuch hat euch nur. Tja einfach weil ich das kleine Mal losgeolen fans allowance西ionde. Oh Mann! Das gehen soll. Danke Scheiß, meine Schraufe. Muss mich interessant. Ja, ist gut nass, würde ich behaupten. So, den hier will er. Mein Bruder versucht jetzt noch einen geilen Treck zu machen, also Treck, Treck. Wie er, wer da unten durch die Pfütze fährt. Geil! Geil! Also ihr habt ja gerade den Shop gesehen, wahrscheinlich, ich hab den Safe reingeschnitten. Wenn nicht, sieht der den wahrscheinlich noch auf Insta. Ja, wir haben den auch mit dem Handy aufgenommen. Und... Ja, wir haben jetzt zwei Semmeln, der ist auch egal. Ähm... Bei mir ist so viel für alles nass jetzt gerade. Handschuhe, Jerseys, Schoner, alles mögliche. Ja, der nächste Runde zieht ihn. Ohne Hand. Ja, der nächste Runde zieht ihn. Ja, der nächste Runde zieht ihn. Ja, der nächste Runde zieht ihn.